Generell versteht ihr euch ziemlich gut, oder? Er hat mich gestalkt, okay? Warum hat er dann deinen Schlüssel? Technisch gesehen ist er bei dir eingebrochen. Ich soll Jack entschuldigen. Die ist gerade im Café George zusammengeklackt. Ich soll schon ihre Sachen holen. Es kann nicht, dass ihr euch so gut kennt. Und Jack? Wir sind noch froh. So, so. So, so.